Leute willkommen zu einem neuen Video von mir was ich heute zeigen will ist ihr habt schon diesen Titel gelesen also 5 Tage als Spengler und dort habe ich so Videos gedreht aber nicht so viel sondern ja nur also ich habe das alles zusammengeschnitten und das Resultat ist nur 1 Minuten und das schaut ihr jetzt gleich an und ja wir fangen wir direkt mit diesem Video an Leute bei uns bis zum nächsten Mal und Amen. Amen.